Mitten aus dem Leben. Heute, Mozart. Tatschen, Uwe, na wie geht's? Ich war gerade noch in den Kuchen. Weißt ja. Hast du Musik aufgelegt, wa? Ja. Was ist denn das? Das ist Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie Nummer 25 in G-Moll, Köcheverzeichnis 183. Aha. Ja. Wird da auch mal gesungen? Hä? Ob da auch mal gesungen wird? Nein, das ist eher so eine instrumentale Geschichte, wenn du verstehst, was ich meine. Ach, das ist eine Karaoke-Version. Ja, das ist eine neue Version. Ja, das ist eine neue Version. Ja, das ist eine 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 Version.